Hi, wir sind Nina und Andi von Nova Adventures und in unserem heutigen Video zeigen wir euch den ersten Stopp unserer Hochzeitsreise, San Francisco. Wir fahren mit der berühmten Cable Car, erkunden die Stadt mit sündhafteuren E-Bikes und fahren über die Gordon Gate Bridge. Außerdem genießen wir den Vibe am Fisherman's Wharf, schlendern über den Pier 39 und filmen die Skyline von San Francisco mit der Throne von oben. Also, los geht's! Auf zu neuen Abenteuern! Auf zu neuen Abenteuern! Die erste Cable Car Tour gut gemeistert. Das war auf jeden Fall ganz schön chaotisch und aufregend, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten einen tollen Fahrer, der uns immer alle Aussichtspunkte aufgezeigt hat. Popeye, haben wir gesagt. Ich habe ihm gesagt, er muss ein starker Mann sein. Und er meinte, er würde sehr viel Spinat essen und er wäre der one and only Popeye. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Highlight der Golden Gate Bridge. Da hinten kann man sich auch noch ein bisschen sehen. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg zum Fahrradverleih und werden mal schauen, ob wir es schaffen über die Brücke. Dann entweder mit dem Fahrrad zurück oder mit der Fähre und versuchen noch viel von San Francisco zu erkunden. Jetzt haben wir noch zu Füßen bekommen. Wir haben ja schon noch zu Füßen gefunden. Tschüss! Wir haben ja schon noch zu Füßen gefunden. Ja, danke. Mir ist zu warm. Ich habe zu viele Jacken eingepackt, nachdem mir gestern Abend zu kalt war. Wir sind in der Gestalt. Wir sind durch die Margiteitas. Wir sind nachdemperigend mit ihr aufhörter. Wir sind in der Gestalt. Wir sind in der Gestalt. Wir sind in der Gestalt. Sie sind in der Gestalt. Die Golden Gate Bridge ist übrigens 2740 Meter lang und fast 30 Meter breit. Sie schwebt je nach Stand ca. 70 Meter über dem Wasser, was vermutlich erklärt, warum es so unfassbar windig auf der Brücke ist. Teilweise mussten wir sogar von den Rädern absteigen, um nicht rumzufahren. Wir sind angekommen an einem wunderschönen Aussichtspunkt, ich denke die Aussicht spricht für sich selbst. Wir mussten uns allerdings erstmal einen ganz schönen Berg hochkämpfen, aber da wir uns für E-Bikes entschieden haben, hielt sich der Auffahrt in Grenzen und jetzt geht es für uns noch zu einem anderen Aussichtspunkt und dann werden wir runter nach Sausalito fahren und uns erstmal stärken. Bis zum nächsten Mal. Vom Küstenstädtchen Sausalito kann man auch bequem die Fähre nehmen. Die einfache Überfahrt kostet 13 Dollar pro Person. Nicht ganz günstig, aber so hat man eine tolle Aussicht auf die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz und die beeindruckende Skyline von San Francisco. Die Lombard Street ist für ihre 8 Kurven auf einem Abschnitt von nur 150 Metern berühmt. Der Grund für die Kurven ist tatsächlich, dass die extreme Steigung von 27% früher zu Verkehrsproblemen geführt hat. Man hat sie deshalb nachträglich eingebaut. Wir sind jetzt am Aussichtspunkt Twin Peaks. Rechts und links neben mir sind zwei kleine Hügel auf die man steigen kann. Da ist der Blick natürlich nochmal ein bisschen besser als jetzt von hier unten. Hat uns jetzt vom Union Square ca. 20 Minuten gekostet. Also definitiv eine Empfehlung. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. San Francisco war nicht nur der erste, sondern auch der letzte Stopp unserer Reise. Am Abend vorm Abflug haben wir nochmal den Vibe am Fisherman's Wharf genossen. Das Hafenviertel ist neben der Golden Gate Bridge einer der größten Touristenmagnete der Stadt. Hier ist eigentlich immer etwas los. Musiker, Straßenkünstler und Klamottenverkäufer warten auf den ein oder anderen Dollar der Touristen. Aber auch kulinarisch kommt man hier auf seine Kosten. Neben verschiedensten Imbissständen reiht sich hier ein Seafood-Restaurant an das nächste. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.